Dieses Video endet, wenn mich jemand erkennt. Okay, schauen wir mal, wie lang es dauert. Let's go. Ich muss den Keimer machen. Willkommen zu McDonalds. Keimer. Das geht nicht. Ich habe... Weiß Klima. Was ist diese Plattform? Was ist hier los? Für ihn gerne. Habt ihr YouTube? Seht irgendwie so aus, als ob ihr gerade einen YouTube-Piering habt. Ihr seht so aus. Wir sehen so aus? Ja. Ich kenne euch schon sogar von TikTok. Wer ist aus deinem Hintergrund von euch? Das? Christian. Das ist Lionel Messi. Ja, zeig mal deinen Yalak. So ekelhaft, was? So ekelhaft. Hallo. Hi. Seid ihr irgendwie in der Sektor oder sowas? Was? Was? Nein. Look at the sky tonight, all of the stars have a reason. Das ist doch Will Piep, oder? Ja, steht doch Will Piep. Also nicht so nice. Das ist so Piep. Nicht mehr. Piept. Piept. Wie haben wir? Wie haben wir? Hilfe. Hallo. 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 Wie geht's euch? Wie geht's euch? Wie geht's euch? Ich habe Sex mit meine Cousins. Ich habe Sex mit meine Cousins. Ich habe zwei verkannt. Ihr seht aus wie zwei Kevins. Hey. Oh mein Gott. Wie zwei Kevins? Ihr seht aus wie zwei Dilaras. Ja. Oder drei Chantals. Drei. Ihr könnt nicht mal eure Kamera richtig rum machen, also redet nicht. Das war komplett beleidigend. Ich habe nur gesagt, redet nicht. Wie lange dauert es mir schon zwei Minuten hier. Okay, okay. Ich kenn dich. Ich schwör, ich kenn dich. Okay, danke fürs Zuschauen. Ja. Ja.